Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier zur nächsten Let's Play Till Game Over Challenge, nämlich LBTGO, wie es ja auch ist, und zwar Alien Storm von Sega, 1990 und 1991. Also mal gehen wir in die Optionen rein. Ja, wir stellen natürlich alles auf hart Energielevel. Ah, soll ich das auch? Ne, nur Difficult, das reicht. So, und dann Arcade. Oh, Plä, es gibt einen Roboter, so einen Muskelprotz und ne schicke Frau. Wir nehmen die schicke Frau. Mission 1, save the people. No, tschüss. Ihr scheiß Alien, ich mach euch den gar aus. Okay, die vertragen, sieh, ui. Energie. Energie. Absolut für ein hässlicher Genom. Ui, schabbel, schabbel, wufski. Eben von zwei Seiten ist unfair. Ah, Hilfe. Hilfe. Na, wir sind zusammen. Oh nein. Wälzt du deine widerlichen Tentakel bei dir, du? Oh, ich verpöckel dich einfach. Mach ne Runde. Hallo, das hier ist doch kein japanisches Hentai-Geng. Einfach mal so ein paar Tentakeln auftauchen. Woh-ha-ha-ha-ha-ha. Brenne. Nein, 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 nein. Go, wieder rein. Ach, geht, sogar. Geil. Oh, scheiße, sind das viel. Ah, wenn ich triggere, dann... Dann klappt das. Oh, damals. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Mission 2. Expel-Variance. Ich bin ja schon hier über meine... ...über meine Durchschnittszeit in... ...napp-zahp. Oh, ich glaube, die sind ein bisschen härter. Die haben eine andere Firma. Oh. Da bin ich jetzt auf die falsche Taste. Nee, was ist die falsche? Ich war schon die richtige Taste, aber... ...ich weiß nicht, dass da was passiert. Na, komm her. Haha, verfehlt, verfehlt. Oh, du bist ein... ...böser Bubbele. Du siehst nämlich so anders aus. Oh, zwei waren noch von der Sorte. Tja. Ein bisschen Energie wäre mal nicht schlecht. Ah, ihr seid auch noch zu dritt. Ja, 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 ja. Da wollen wir ja mal, ne? Ne, 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 ne. Oh, schützt. Ne, 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 nicht mit mir. Ja, süßer. Oh nein. Jetzt wird's mir zu putt. Äh, ist das Teil grad weg? Was ist das denn für viel? No energy. Oh, scheiß Dreck. Das ist jetzt der große, böse End. Boss. Scheint so. Na, wir... Oh. Ja, natürlich continue. Ja, wir haben ja noch ein paar Creds. Also... Na, warte. Okay, das Viech überlebt ein bisschen länger. Oh man, hoffentlich kriegen wir den überhaupt kaputt. Oh man, hoffentlich kriegen wir den überhaupt kaputt. Juhu. Juhu. Ich bleib einfach mal hier hin. Und schieße auch einfach mal auf alles, was ich hier irgendwie in einer Form und Weise bewegt. Oh gut, da hab ich einen von den Sack gekriegt. Oh, und dieser LBTGO-Change geht bisher schon sehr lange. Wir sind schon... Jetzt fast an die 6 Minuten... Ey! Äh, Mission 3. Aliens Mest. Oha, ich weiß gar nicht, wie viel Level das hier gibt. Oh. Okay, das... Das sieht jetzt schon ein bisschen äckiger. Oh, kommst du mehr hier hin, du weichflöte. Hehehehe. Niemand kann. Sö, du Briefkasten. Nee, nee, du Sack. So, was steht da oben? Bonanza. Bonanza. Oh scheiße, ich hab no energy. Okay, du bist anscheinend ein bisschen... Oh, da steht... Help! Oh. Ja, natürlich, wir haben noch Leben, also... Also ich muss sagen, obwohl das hier ein Hartschwierigkeitsgrad ist, Es ist schon schwer, auf so eine Art und Weise. Ja gut, wer weiß, wie es später im Verlauf des Spiels werden würde. Na, warte, lass mal ab. Mach du Kacke auch noch hin. Lass mich doch hier nicht piksen. Dass die immer vor zwei Seiten angreifen, muss ich nicht sehr schrecklich. Hallo, wir sind doch hier nicht beim Wrestling. Okay, und da waren es noch zwei. Fass mich nicht an. Okay, wir gehen einfach mal rein. Wir erschießen einfach... Entschuldigung. Wir erschießen hier einfach alles und Dosen und... Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Gleichzeitig kümmern! Yes, we can! Dwell in broad daylight! Oh, oh! Ja, komm over here! Ich mach dich kaputt, du elende Schnecke! Schnecke, ich mach dich zu, Schnecke! So, oder so ähnlich. Äh, du lebst auch so immer noch! Oh nein! Naja, low energy! Leck mich doch! Low! Epsa! Frisch, das fiege ich mich einfach auf! Okay, es fängt an, ein wenig schwerer zu werden! Oh, aber wir wollen ja so viel, viel... Oh, das scheint ein ganz Hardcore Alien hier zu sein! Oh, ho, 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 ho! Okay, no energy! Oder besser gesagt, not enough energy! Okay, da ist help! Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht... Hoppsgear! Oh, ich glaub, das wird die... Oh, ich glaub, das wird die... Ja, voll, ein Leben haben wir noch! Ich glaub, das wird hier die längste... Why? Let's play till game over challenge! Aller Zeiten! Nö, 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 nö. Hey, Sommer. Immerhin, die eine Schnecke haben wir zur Schnecke gemacht. Ah, Hilfe. Okay, hey, schnell rein, schnell rein. Keine Zeit verlieren. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Gott, Gott. Oh, ich triggere mir hier den Arsch. Kaputt. Energie ist immer gut. Oh, Moment, ich glaube, ich kriege Schaden, wenn ich Passanten treffe. Okay. Oh, nein, 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 jetzt heißt es Game Over. Ja, das war Alien Storm. Mal gucken, was haben wir denn für den Score? 15, ja, okay. Peasant. Passt schon, wir haben auch hart gespielt. Also von daher, ja, das war Let's Play Till Game Over. Elgin Storm. Ich hoffe, dieses LP hat euch gut unterhalten. Also die Game Over Challenge. Und ich hoffe, ihr schaltet auch zu den nächsten Game Over Challenges wieder ein. Bis dahin, Leute. Sage ich Tschüssi, Kowski.